Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier und ich habe die ganze Zeit versucht zu schnipsen, weil ich das meist immer als Marker nutze, damit man dann rausbekommt, hey, die Audioaufnahme beginnt da und zack, die Finger rollten gerade gar nicht, da wurde aus einem, man hat es gerade gehört, die Finger sind einfach wie außen vorbeigerutscht, die finden da irgendwie keinen Halt, naja, das dazu, ich will Hirsche jagen, die müssen ja hier irgendwo rumeiern, wenn ich sie denn mal finden würde, aber das ist jetzt gerade nicht so ganz der Fall, aber das ist jetzt erstmal, ha, haben wir sie gefunden, So, und dann brauche ich auch nochmal wieder ein paar neue Pfeile, ach komm, wenigstens das hätte jetzt auch treffen können, Ah, shit, wenn ich die ja nicht sehe, dann ist ja sowieso alles Schicht und Schacht und so weiter, naja, okay. Einer von denen kippt natürlich einfach so um, so, ich habe mal nachgeschaut, an wen man denn was hier so verkaufen kann und so weiter, und es scheint, dass Pokale, Goldsachen und so weiter bei Dieben ganz hoch auf dem Kurs stehen, Ah, man, die Liste mit den Namen gab es natürlich auch, aber wenn man einfach nur eine Information bekommt, ja, es funktioniert nicht nur bei Fällen, sondern auch bei allen möglichen anderen Krimskrams, dann, ja, den Rest kann man sich ja selber denken. So, das sind ja Interlensbolzen, ja, Interlensbolzen, die mit Pfeilenschießen sind, ja, frische Interlensler, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen speichern, ja. Ja, ich habe das Gefühl, die Viecher regenerieren so ein bisschen, hm? Yeah. Moment, habe ich eigentlich von dem Scamager irgendwelche Krallen gekriegt? Ich glaube nicht. Das ist eine Frechheit. Kann ich Krallen nehmen und funktioniert nicht, oder wie? Oh, oh, oh. Yeah. Nice, aus Spaß. Ja, das Einzige, was man kriegt, sind blöde Eier. Und da gibt es eigentlich keinen Perk dazu, oder so. Ich habe hier nirgendwo sowas gesehen, wo draufsteht Eier. Wir brauchen Eier. Und sich weiter nach oben. Nice, aus Spaß. Gott, ey, das ist so herrlich, einfach nur, mit diesem Ausnehmen. Das ist die Art und Weise, wie man hier spielen soll. Oder beziehungsweise, was Viecher looten sollen. Nicht einfach nur, jedes Vieh lootet Gold und andere Krimskrams-Dinger und hast du nicht gesehen. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen aufregt, ähm... Die Viecher sind dann trotzdem noch intakt da, wenn man denen das Fell abgezogen hat. Das ist irgendwie... Äh... Da fehlt noch eine kleine. Ich habe... Scheiße, was ist das? Okay. Das sind nämlich mal irgendwelche Banditen. Lord Banditos. Ja, Lord Banditos. Ein Halunke. Stürrp-Halunke. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Und Nummer 5. So, okay. 50 für den. Und nochmal ein bisschen, was ich schon war. Yeah, der Bogen ist echt praktisch. Oh shit, das war jetzt blöd. Oh, nice. Ach, komm. Oh. Aha. Okay, dann ist der dritte und letzte. Der mit ohne Schild. Ah, das ist so geil. Die bleiben einfach stehen. Solange man immer nur ein klein wenig nach hinten geht, scheint die einen nicht treffen zu können. Das wusste man doch. Ah, Jacks Halunken. Okay. Das ist also die Angelegenheit. Quest ist beendet. Das ist schon mal alles was gut. Ah, da muss ich mir jetzt nur noch eine Quest-Belohnung abholen. Ich hatte ja glaube ich nur 3 gezählt, was das an ginge. Ah, nehmen wir den auch noch mit. So. Also, für den Anfang einfach nur OP Bogenschütze. Und vor allen Dingen bei einem Spiel, wo man ein bisschen auf seine Sachen achten muss. Ah, muss man halt gucken. So. Na, nehmen wir nochmal ein bisschen Hirsch mit. What the fuck? Ach. Gibt's denn nicht? Okay, jetzt fühle ich mich so ein bisschen verarscht. Ganz klein wenig. So. Wunderschönes Ding. Wunderschönes Ding. Ich habe doch extra weiter nach oben gezogen. Aber irgendwie kam da nichts durch. Ist das wieder ein Skarvenger? Scheint so. Aber vorher werden wir nochmal fix diese Truhe hier aufmachen. Ich dachte hier, diese komischen Banditen wären in irgendeiner Höhle drin oder so. Ist ja irgendwas anderes mein. Wenn wir die natürlich hier am Ende der Welt sind. Wenn wir hier an Mana-Ringe. Toll. Nichts großartig besonderes. Ja, wir haben aber dieses Vieh doch weg. Da ist ja noch welche. Die letzten Überlebende der Hersh-Familie. Scheiße. Uh. Der war gut. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich da was treffe. Okay. Den noch. Wunderschön. Oh, das ist gut. Jetzt haben wir eigentlich noch irgendwo einen Dritten. Wer hier irgendwann aufkloppen müsste. Es sei denn, der ist total weit weg gerannt. Das ist jetzt erstmal Twins. So. Ich muss noch genug Kohle haben, damit ich diesen Feilchen-Spruch bekomme. 70, die ist ganz. Jetzt komme ich auf 70. Ich komme nicht auf 70. Von daher brauchen wir uns ums Feilchen jetzt gar nicht zu kümmern. Bisschen schade. Aber na gut, wenn es halt nicht anders geht. Ah, Junge. Wir haben ja die Tränke lassen sich ja blöderweise erst mit 40 machen. Muss ich auch mal gucken, wie viel ich denn jetzt noch über habe. Alchemie, Chemie 22. Alchemie lebt man aber separat von allen möglichen Quellen. Von daher brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Und da. Oh yeah. The damage. I cannot control. Oh yeah. So. Man drückt E. Und dann steckt er das weg. Das steckt er aber wirklich nur dann weg, wenn der Fall aufgezogen hat. Das heißt, man kann nicht irgendwie vorher das Ganze beenden. Bisschen blöd. Ist nicht einfach so, dass man den Pfeil irgendwie von der Szene runterspringen lassen kann. Oder so. Späße. Das geht leider nicht. Aber gut. Wir haben... Nehmen wir auch noch mit. Ein Heilwurzel. Aber diese Heilpflanzen oder so. Die man gerade bei so einer 500 da... Welke da verbessern kann. Die sind... Und hier haben wir D und D und D. Hier hat man alles schon mitgenommen. Hier war man auch glücklich. So. Ja, Luke machen dir keinen Ärger mehr. Luke machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Jung. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. Und was ist es, was du möchtest? 50 Jolt. Und ein bisschen Löffer auch. Zeig mir der Nevada. Schnappis. Aus Schnapsbeeren. Kenne ich schon. Dietrich, Brot, Holzen. Naja. So viel hat er jetzt auch nicht Besonderes dabei. Schwer. Da kann das mitweilen und das. Die beiden behalten wir noch. Das lassen wir auch noch. Das ist der Assassinenbogen von vorhin. Der kann auch weg. Dann... Was haben wir denn noch? Das sind Scheißlinge. So, ein 3. Die Dinge von dem Fallen. Ja, der ist 17.000, ne? So, wir können nur zwei von diesen Ringen sowieso nutzen. Von daher können wir die anderen... Vier... So, sowieso verkaufen. Lalalala. So, wir... Schnappis. Damit kann man wunderbar Sachen bestellen. Ist sogar verhältnismäßig jünstig. Und man hört von draußen. Falls man es vielleicht mitgekriegt hat. Alles mögliche noch. Ja. Wie viel Kohle haben wir denn? 2400. So. Jetzt muss ich mal gucken. Hab ich denn Fälle wieder mal? Nö. Nö. Einzige Fälle, die ich hab, sind Hirschfälle. Kann ich aber auch wieder loswerden. Hier an den guten Jäger. Und dann brauche ich trotzdem noch diese scheiß Kack-Waffenbündel, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich suche mir hier den Arsch ab wegen so einem bekloppten Waffenbündel. Find hier kein einziges. Jetzt weiß ich wieder, was ich hier suchen wollte. Ein Waffenbündel. Gott. Da wollte ich nämlich unbedingt nochmal schauen, ob denn hier eines gewesen sein könnte. Ja, Mann. Wenn ich nochmal nachschaue, ob dem hier auch wirklich alles so korrekt zuging. Und jetzt hab ich immer das Gefühl, die Fischer respawnen. Hm. Okay, das ist eins ohne Eier. Das ist noch eins vom Anfang. Oder werden die unterschieden in männliche und weibliche? Oder die sind... ...multisexuell? Und... So. Wieder einmal einhörig weniger in der Region. Muss ich wirklich mal schauen, ob es diese... Moment, den Grundsteckel habe ich doch. Moment. Ich bin doch hier querfeldeingelatscht. Da hatte ich doch die Pflanzen hier mitgenommen. Es scheint so, als ob die Viecher wieder respawnen. Wir merken uns mal einfach den Grundsteckel hier vorn. Dann gucken wir mal weiter, ob die Viecher wieder kommen. Vorn sind wieder Wölfe. Hier sind wieder Rehe und Hirsche. Viecher. Zehn Gold. Naja, okay. Das ist jetzt auch nicht so ganz nicht wahr, aber... ...wann einfach... ...das Waffenbündel hat der aber... ...nirgendwo liegen. Nicht mal hier so für... ...zwischendurch. Na, komm schon. Und nochmal was geht. Unmöglich. Wie ist das wirklich? Gibt's denn? Ah, ah. Freischauen. Das hätte ich, glaube ich, noch nicht öffnen können. Was? Okay. So, wo ist dieses blöde Herstehen? Da. Okay, der bewegt sich zu schnell. Das ist scheiße. Können wir das gleiche lassen, indem hinterher zu rennen? Hm. Wollen wir jetzt hier... Achso, Echsen wollte ich jetzt nicht mehr töten. Ausgerechnet die... Ah, was haben wir denn da? So, wieder einer weniger. Wir haben wirklich einen ziemlich großen Radius, den die hier ablaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Also das. Ein Wildschwein. So, und... Oh, oh. Warten, 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 warten. Drehen, ziehen. Feuer. Okay, hat funktioniert. Puh, haben wir sogar ein paar Hauer gekriegt. Und mit ein bisschen Glück diesen Hirsch da hinten noch nicht verscheuert. Das ist doch noch schön. Äh. Aha. Der Meisterschützer hat mir wieder zugeschlagen. Beste Möglichkeit, um Sachen zu holen. Wirklich. Das Einzige, was man halt nur noch braucht... Gott, ist das laut, ey. Was bauen denn die? Ich hab nicht so ganz auf die Uhr gekriegt. Also ich hab's doch schon auf die Uhr gekriegt. Das ist ja nicht mehr. Ah, ja, ja. Der Fluch der Uhrzeit. Äh, den. Wow, yeah. Einmal speichern, weil es so schön war. Weil nichts ist... Okay, ich dachte, hier würde gerade was sein. Aber das wird noch alles aufgebaut. Und ich wollte noch was wegen diesen blöden NPCs machen. Klar, damit die ein bisschen weiter zu sehen sind. Alter, das riecht mich schon so ein bisschen auf. Von mir aus kann die Textur, äh, nach hinten immer... Weil es gibt ja hier mehrere Texturen. Einmal eine Hochtextur, einmal eine mittlere Textur. Beziehungsweise dann auch die Weitweg-Texturen sind ja alle relativ simpel. Und die Gräser sind gar nicht da. Wie man hier vielleicht dran sieht. Gibt's ja hier... Moment, wenn man es mit dem Bogen zeigt, dann sieht's vielleicht ein bisschen genauer aus. Und zwar hier hört ihr das Gras auf und einfach nur normale Bodentextur fängt an. Und die Art und Weise, wie das nach hinten geht und das Verwaschene in der Hinsicht, also nicht mehr so 100% genauer, das, äh, müssen wir eigentlich anders regeln. Und zwar mit einfach nur einer simplen Kurve, die dann nach hinten immer höher wird. So heißen... Ja, Moment, das brauchen wir doch nicht. So. Ja, diese Kurve, die sagt dann im Grunde nur aus hier, da, äh, die Punkte hin und da sollten die so sein. So. Das können wir sowieso nicht mitnehmen. Also, wo... haben wir denn nun mal was? Gehen wir einfach mal hier lang, dass wir den mal irgendwo in der Höhle finden. Oder was zum Öffnen. Das wird's natürlich auch. Aber da ist doch bestimmt was hier in der Nähe, ha? Eine Falle? Nö. So, was haben wir denn? Ba-ba-ba-ba-rohstahl und ein Schwertwerfer. Und genau diese simplen, einfachen Schwerter, die kann man irgendwie nicht schmieden. Du kannst Bastardschwerter schmieden, aber keine ganz normalen Schwerter. Ich hab da gesucht. Hier gibt's... Du kannst Zweihänder schmieden, du kannst auch mit den anderen Keimisch schmieden, aber... nichts Simples, was irgendwie Geld bringt wäre. Oh Gott. Okay. Sprinten, 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 drehen, ziehen, feuern. Feuern. Okay. So, Sprinten, 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 drehen, ziehen, feuern. Okay, aber jetzt brauch ich ein bisschen mehr... Hey, der hat ja Klauen, klar. Ah, okay. Was die Lurker denn nicht haben, ist Haut, weil ich die noch nicht abziehen kann. Das ist ein bisschen zufällig. So, aber das Schwerter sieht echt so schön aus. So schön geschwungen, so ein bisschen wie das Soul Reaver. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt solche Waffen schmiedet, weil sie sind ja im Grunde dazu gedacht, beim Zurückziehen oder beim Stechen bereit zu sein, obwohl sie das nicht sind. Das heißt, die reißen die Wunde förmlich auf, wenn die denn eine verursachen. Beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die eine verursachen. Wenn man denn irgendwo daneben sticht oder ähnliches. So, jetzt muss ich aber nochmal was speichern. Ich will noch dieses Ende hier erkunden. Es ist ja nicht mehr weit. Ah, fuck. Okay. Ah, scheiße. Jetzt muss ich wirklich den Haushalt mit den Dingern. Wer hat denn noch Pfeile? Bogenschützen haben Pfeile. Okay, den letzten werden wir mal jetzt nicht hier vertun. Oh, Junge. Dass ich ihn ausgenommen habe. So. Das hat schon mal geklappt. Haben wir denn hier noch irgendwo was? Schildkröten sind zwar hier vom Aussterben bedroht. Jetzt wissen wir auch, warum. So, Moment, nehmen wir mal die. Vergiften und schärfen. Das ist ja das Geile. Blöderweise wird dann nur vergiftet angezeigt. Wenn man denn die Waffe hier auswählen möchte. Halt das, was am sinnvollsten ist, weil es sind eine vergiftete Waffe, nimmst du die, wo Gift drauf steht. Geschärft sind so 100% auch fast alle. Von daher ist geschärft nicht wirklich so besonders, außer dass es einen Ticken mehr Schaden macht. Wenn du eh alle deine Waffen verschärfst, ist es ja alles irrelevant. Okay, komm schon. Oh, ja. Okay, hier gibt's dann doch was Besonderes, hätte das denn gesagt. Eine Truhe mit was drinnen, hab ich da. Mit nichts drinnen. Das war ein bisschen Erz, aber sonst nichts Besonderes. Eine Hellwurzel, naja. Und dann konnten wir ja noch hier außenrum. Das müsste ich aber mal gucken. Ich hab hier irgendwo schon mal eine Höhle oder sowas gesehen, wenn man hier außenrum läuft. Aber entweder was bei WoW oder sonst wo. Ich hab das Gefühl, hier gehört irgendeine Höhle hin oder sowas. Äh, okay, hier ist schon mal keine. Wenn wir jetzt hier weitergehen, wir können ja uns sowieso relativ schnell wieder teleportieren. Von daher sind wir ja auf der sicheren Seite. Da ist schon mal keine Höhle. Okay. Brauch nichts, auch nichts. Also wenn ich die Viecher noch irgendwann mal sehe, muss ich die Leiter im Nahkampf kaputt machen. Aber dadurch, dass der Strand ja so extrem abgeschieden ist, heißt das bestimmt auch, dass die Viecher hier nicht sind. Weil es nur wenige hier sind. Wo sind wir denn? Wir laufen jetzt gerade nach dem Motten. Das heißt, wir sind wirklich an der äußersten Küste. Und hier sieht man auch schön die Bubble. Und vor allem, dass die ihren Ursprung irgendwo da in diesem Dings da drin hat. Okay, aber ich hab so das Gefühl, ich bin hier total falsch. Gibt es denn hier noch irgendwo ein Eingang oder so? Vielleicht. Oh, das sieht ganz nach einem Eingang aus. Sieht doch gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Okay. Dann speichern, um mit dem Speer versuchen zu killen, weil wir haben keine Pfeile mehr. So, wo kriege ich mal jetzt sehr schnell Pfeile her? Kosten ja auch nur ganz wenig, ne? Das ist ja das Blöde. Oh, shit. Was ist denn hier los? Okay. Also das hat schon mal nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Okay. Also die Goblins sind ein bisschen härter zu schlagen. Ich könnte natürlich auch irgendwelche speziellen Pfeile mal anlegen. Vielleicht irgendwas Besonderes im Moment. Bis auf diese Explosionspfeile natürlich. Aber wenn ich die herstelle... Mal gucken, was das für Herstellungsprozedere sind. Und dann vielleicht irgendwas anderes herstellen. Oh, ja. So, werden wir erstmal alle Duräne rausziehen. Na, kommt auch her. Okay. Also es sind alle. Okay. Oh, was ist denn hier los? Alter. Okay. Dann fix den Trank reingepfiffen und es geht weiter. Na, kommt schon, ihr Viecher. Wollen nicht. Okay. Also man macht zwar diesen... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und... Da ist er. Oh. Und Inventar. Sehr gut. Ha, hat doch wunderbar geklappt. Yeah. Nice. Ich bin von mir überrascht. Aber noch mehr von der Tatsache, dass die Gegner hier so gut funktioniert haben. Moment, hier sind zwei, hier sind auch noch ein paar. Moment, habe ich hier drei gekillt? Das kann ich nicht sagen. Ja. Fleischwanzen. Und noch so ein Vieh. Na toll. Zwei sogar. Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Scheiße. Okay. Ich drücke nach hinten. Kennen wir nur, dass der nicht getroffen hat. Oh, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Gibt's doch nicht. Alter. Okay. Hauen wir uns mal voll hier mit irgendwelchen gebratenen Fleisch. Weil so viele Tränke haben wir jetzt auch nicht da. So, speichern. Wir wurden zwar niedergeschmettert, aber wem werden wir jetzt entgegenwirken? So, wo sind die anderen? Da ist er. Okay, hat schon mal geklappt. Also was Nahkampf angeht, sollte ich vielleicht auf ein Schild irgendwann mal zurückgreifen. Oh, fuck. Noch einer. Oh, das hat geklappt. Ich bin beeindruckt. Okay, na dann. Dass man damit überhaupt was treffen könnte, ist ein verdammtes Wunder. So, drei. Wie viel das jetzt sind? Oh, verdammt. Oh, scheiße. Puh. Das hätte jetzt nicht jeder erwartet. Und einmal Inventar und das Ding reinziehen. Und kicken wir uns das Ganze mal an. So viele sind es schon mal nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Äh, vier. Äh, wie viele Koppel sind denn in diesem Ding drin? Spawn die? Oder was ist hier los? Ich würde ja gerne mit Pfeil und Bogen nieder machen, aber ich habe keine mehr. Ach, das ist doch verhindert. Also du bist mit dem Speer total langsam. Das ist ein bisschen gemein. Trotz der Tatsache, dass du diesen Spin-Angriff machen kannst. Der funktioniert bei Scavenger ziemlich gut. Aber sonst sollte man da doch leih auf das Schwert zurückgreifen. Was in meinen Augen vielleicht sogar einen dicken Mehrschaden macht. Uns verkiftet noch. So. Ja. Die, die, die. Brauchen wir jetzt nicht. Ah, bitte. Wirklich. Okay. Also das ist einfach nur unter aller Sau. Ja. Drei, die auf zwei. Zwei, die simultan zuschlagen. Wie willst du denn das bitte hinkriegen? Mit dem Speer hat es vielleicht funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der nicht so will, wie ich das dem jetzt sagen will. Daher, na. Na komm schon. So, okay. Nur einen wollte ich doch pullen hier. Nicht alle. Nicht die gesamte Bande, Mensch. Ich werde natürlich mal einen Explosions-Pfeil da reinpfeifen. Das wäre doch bestimmt fetzig. Mach ich, wumm, und auf einmal springt sie alle weg. So, okay. Du, 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 du. Nehmen wir dafür noch was. So, nochmal was so schön war. Okay, mal kurz speichern. Und dann geht's weiter. Gut. Aber die Gegner sind ein bisschen zu klein. Ich glaube, deshalb funktioniert das nicht so wie gedacht. Nehmen wir lieber das Schwert. Damit können wir wenigstens die Angriffe von denen blocken. Okay, einer kommt. Sehr gut. So, dann testen wir das doch gleich mal aus. Okay, das funktioniert schon mal nicht. What the fuck? Die Gegner sind so... Die Gegner sind so klein. Was ist denn das bitte? Oder liegt's da dran, dass ich den Schwertkampf noch nicht so gemeistert hab, hm? Könnt natürlich auch das Ganze sein. Fuck, ey. Aber wieso konnte ich denn die ganze Zeit die andere Cop den zu schnell killen, aber die hier nicht? Okay, dann machen wir's mal wieder so. Okay, das ist natürlich die Variante schlechthin. Oh, da... Genau, wir machen das auf die Art. Sollte auch klappen. Ja, genau. So muss es auch leben. Und das ohne Leben zu verlieren. Der nächste. Ah, fuck, ey. Naja, okay. Wenigstens ist er kaputt. Oh, scheiß Gegner, ey. Doch, noch einer. Mann, wie viele von den Dingern wollen denn hier noch rauskommen? Oh, scheiße. So, rennen wir mal ein bisschen weiter weg. Okay. Ist immer noch hinter mir. Die sollten doch nicht so lange hinter einem herrennen. Oh, das hat gut geklappt. Ah, beinahe noch drauf gegangen. Das ist alles nur wegen Goblins. Das ist alles nur wegen Goblins. Stinknormale, bekloppte Goblins. Kriegst du... Das ist... Ey, also komm. Blöde Tricks Goblins. Es gibt Sachen, die gibt es einfach nicht. Eine Armee von Goblins, die einem hier so ans Leder will. Ne. Okay. So, weiter machen wir vor der Höhle. Jetzt können wir einfach die ganzen Flechtwanzen erstmal mitnehmen hier. So, nehmen wir das auch noch mit. Was nehmen wir auch noch mit? Sehr schönes Ding. So, viele sind. Na, komm schon. Das noch mit. Das noch mit. Auf, wenn weiße Fleischwanzen. Da lässt sich doch bestimmt eine super Suppe draus machen. Will ich jetzt angreifen? Das war zumindest bei den vorherigen Teilen so, dass die kleinen Viecher einen trotzdem angreifen konnten. Oh Gott. Oh, ist doch zum Heulen. Ich will diese Viecher sowas von tot sehen. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Bani sieht das so aus, als ob der Kopf da irgendwie abgetrennt wird oder ähnliches, wegen diesem Schlag. Das sieht so aus, als ob da noch ein bisschen Goof-Verhalten mit reinkommt. Abgetrennte Köpfe, solche Späße. Aber der würde wegfliegen. Tut er aber nicht. Weil der irgendwie damit festgemacht hat. Liegt das da und das ist die deutsche Version ist oder? Das wäre nämlich schon ein bisschen gemein, weil... Aber naja, das ist ja sowieso so eine Eigenart. Oh, wir müssen alles zensieren. Oh, gewalt ins Spiel. Und dann Soldaten irgendwo runterschicken wollen. Sowas können wir leiden. So. Oh, das gibt's doch nicht. Ich check's einfach nicht. Ich weiß echt nicht, was mit diesem blöden Kopflins los ist. Die trifft man doch nicht mal. Du machst den Schlag nach vorne. Der schlägt genau schräg über denen vorbei. Also... Wer hat dem denn bitte das Schwätschwing beigebracht? Das muss ja echt ein Depp gewesen sein. Und der war ja... Na okay, das war ein ganz normaler Typ. Der hat das on the fly gelernt. Aber trotzdem... Da ist nicht nur ein Gegner gekillt, sondern... Mehrere... 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 Hunderten... So, wir bleiben jetzt einfach hier unten in dieser blöden Kackhöhle. Ach, Mann! Vor allem können die kurzzeitig nach hinten ausweichen. Das ist so gemein. Und... Oh, ja. Genau. So sollte das so gehen. Nicht anders. Okay. Goblins sind da. Ziemlich viele Fleischwanzen über. Nachdem sich zum Beispiel zu z�hen. Ich bin sehr klar.